und herzlich willkommen zurück euer rüppelgeister ist wieder am start zum zwölften advents türkchen so muss es nämlich sein zum blingling los unseren letzten los auf dieser seite des adventskalenders wir sind schon gespannt was auf der nächsten seite erwartet halbzeit würde ich auch sagen zwölf tagen ist weihnachten ab geht's zur kuh vielleicht bringt sie uns ja noch ein gewinn man weiß es nicht wir suchen in den diamanten drei gleiche beträge oder auch in dollar symbol ist egal das ganze los zählt und hier hätten wir gleich die doppel schauen entweder auf zehn oder sechs euro macht das spannend die 20 brauchen wir nicht die 2500 auch nicht die zwei auch nicht oben wird es in drei verschlag der sechser oder einen zehner oben es wird eine miete glorreich aber nichts schade nun morgen wird es interessant leute da sehen wir endlich die zweite hälfte des adventskalenders man weiß nicht was sie verbirgt ich würde sagen bis zum nächsten mal euer rüppelgeister raus und sagt dü 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 nicht vergessen leiten teilen abonnieren ja